Es beginnt mit Augenfunkeln, Neugier und Entschluss. Entschlossen zu entdecken, hinzuschauen und aufzuwecken. Nicht nur mich und nicht nur dich. Für alle das entwickeln, was wir brauchen, was uns nützt, stützt und schützt. Es beginnt mit Antrieb und mit Lust zu handeln, zu machen, lachen, Neues wagen, Verantwortung tragen, vielleicht mal anders denken, umlenken, das Stresslevel senken. Ja, wir dürfen auch mal ruhen. Weil wir das Richtige tun, keine Chance versäumen vom großen Träumen. Nicht begrenzt auf jetzt und hier, größer als das DIN A4 Papier. Es beginnt mit der Idee, mit dem Willen und der Kraft voranzutreiben, Geschichte schreiben, vom ersten Funkeln bis zum letzten Schritt. Gemeinsam neue Wege beschreiten, Vertrauen in die Fähigkeiten, Fallen und sich fangen, fördern und fordern, zuhören und beraten. Weil wir nicht nur Kollegen, sondern Freunde sind. Es beginnt bei mir, aber das Ergebnis sind wir.